Wird Ihnen präsentiert von Dein Messestand. Angebote für Messebau. HW Hydraulik ist eine Hydraulikfirma aus dem Großraum München hier. Wir sind hier auf der Baumahme mit unseren ganzen Ventilen und Pumpen und Systemen angetreten. Und wir spielen jetzt hier speziell die Nummer, dass wir uns auskennen in funktionaler Sicherheit. Wir haben Experten und Spezialisten bei uns. Wir wollen hier auch den Kunden klar machen, dass wir sie betreuen können. Bei der Auslegung, bei der Berechnung von den ganzen Sicherheitsfunktionen. Und das Ganze führt am Schluss sogar dahin, dass sie eine ordentliche Dokumentation haben, die sie zum Beispiel aus gesetzlichen Gründen usw. haben müssen. Wir haben hier speziell unseren Weggeschieber PSL. Der ist geeignet für alle Arten von mobilen Arbeitsmaschinen. Den gibt es in verschiedenen Größen. Also mit dem können Sie selbst die größten Kräne noch steuern in bestimmten Ausbaustufen. Der Trick dabei ist, in der funktionalen Sicherheit brauchen Sie da auch die entsprechende Sensorik. Hier an diesem Beispiel eine Rückmeldung, wo sich die jeweilige Schieberposition befindet. Wenn die nicht da ist, wo sie sein soll, dann ist irgendein Defekt. Und die ganzen Signale wiederum muss ja mit einer Steuerung auswerten und entsprechend reagieren. Also gerade von STW haben wir hier dann noch ein tolles Modul, mit dem man das in eine Cloud liefern kann. Und dann auch noch über Predictive Maintenance quasi herausfinden kann, wann wird so ein Ventil ausfallen oder wie verhält sich das Ventil überhaupt. Also tolle Features, die sich aus einer Kooperation ergeben, die wir einfach dadurch haben, dass wir jetzt nicht nur Ventile, sondern mit Pumpen und Elektronik zusammen komplette Systeme anbieten können.